Taurin ist ein Abbauprodukt der Aminosäuren Mezionin und Cystein. Es kommt in unserem Körper in verschiedenen Gewebsarten vor, in höherer Konzentration hier im Gehirn und in unserer Muskulatur. Und neben einer Beteiligung an der Fettverbringung hat es vor allem einen antioxidativen Effekt. Das heißt, es kann aggressive Sauerstoffverbindungen, sogenannte zellschädigende freie Radikale, binden. Und gerade bei Sportlern mit hoher Belastung kann dies ein effektiver Zellschutz sein.